Und weiter geht's mit Teil 3. Einfach laut singen. Schon gespannt, um was es heute geht? Es hat mit deinem Energiehaushalt zu tun. Herzlich willkommen und hallo bei Einfach singen lernen. Okay, was meine ich jetzt damit? Energie. Klar, wenn du laut singen möchtest, wird das viel, viel mehr Energie von dir fordern, als wenn du leise Töne produzierst. Achtung, das hat jetzt nichts mit, okay, das heißt, ich muss mich super anstrengen und dann habe ich voll viel Arbeit hier im Halb. Nee, das hat nichts mit dem zu tun. Nee, das ist eine Technik, die man lernen kann. Das ist wie ein Schlagzeuger, der super schnell spielt oder ein Gitarrist, der mega schnell spielen kann oder ein Sänger, der halt das umsetzt, was er will. Heute geht es darum, laut zu singen. Und das sieht doch bei guten Sängern immer so easy cheesy aus. Das sieht nie danach aus, als würden die gleich sterben, weil sie so viel Druck und so viel Krampfen sich haben. Nein, aber du brauchst bei lauten Tönen viel mehr Energie. Ja, die Frage ist nur, von wo kommt sie und wie kannst du dich dabei unterstützen? Da kommen wir gleich dazu. Aber die erste Übung geht heute darum, dass du zum einen ganz normal in Zimmerlautstärke sprichst. Hey, my name is Brian, nice to meet you, wenn wir schon bei Brian bleiben. Und zum anderen probierst mal zu rufen, als würdest du jemanden aus dem Nachbarzimmer zu dir holen, um zu zeigen, was du jetzt geschafft hast. Hey, Brian, come over here. Hey, Brian, yeah, yeah. Hey, my name is Brian, nice to meet you. Das ist ein ganz anderer Energiehaushalt. Und wenn du anschließend bei den rufenden Tönen mal deine Hände auf deinen Körper legst, wirst du merken, hey, irgendwie arbeite ich da ja mehr. Du unterstützt dich mehr. Hast du das Wort Stütze schon mal gehört? Es geht vielleicht die Warnlampe an, oh ja, genau, das ist das Riesenthema, was ich nie verstanden habe. Und es ist ein großes Thema. Aber ich möchte, dass du dir für heute merkst, Stütze ist gleich Luft zurückhalten. Hey, warte mal, mit der Luft, das hatten wir schon in Teil 1, genau. Teil 2, welche Resonanzräume ich verwende ich. Und heute geht es darum, aber bei Lautentönen muss ich viel mehr Energie einsetzen und zugleich mich aber unterstützen, damit ich hier im Hals, ups, hier im Hals nicht arbeite, sondern in meinem Körper. Das heißt, du probierst in Zimmerlautstärke zu sprechen und zum anderen zu rufen und schaust, was da passiert. Ein Mini-Teil, aber damit kannst du experimentieren und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mein Name ist Andreas Häuser, ich bin Vogelcoach und wenn du es willst, ball doch deiner. Schnapp dir den Link in der Videobeschreibung zu deiner ersten Session for free, online via Skype oder hier vor Ort in meinem Studio in Wien. Abonnier meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf der Homepage und wir sehen uns bei Teil 4. Bis bald, dein Ande. b-b-b-b-ba, b-b-b-ba. b-b-b-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-到了. B simplemente ist, welche die المitär am cathedral